Willkommen! Noch was Besonderes habe ich jetzt fürs Leben und zwar die Garnetur Pozzalo, eine zweiteilige Kombination, bestehende aus einem Daybed und einem Zweisitzer mit Armlehne links, nein rechts, davor steht immer der Armlehne rechts, mit viel Platz zum Launchen in einem Leder Brasilian Natural Grau. Nun das Besondere ist sicherlich an der Garnetur die feine Linie, die ganz feine Optik, erinnert etwas an ein klassisches Flexor-Modell und natürlich das Leder, das ist ein Leder, das speziell oberflächend behandelt wurde, damit die Zweifarbigkeit rauskommt, Hell-Dunkel-Kontrast, wie so Adern sieht man hier, das ist also eine Nubukierung mit Schutz drauf, Sie haben hier also wirklich ein ganz tolles, hautsympathisches Leder, Sie sitzen eher soft, Sie können hier wunderbar lümmeln, ich zeige es Ihnen mal, die Kissen sind übrigens nicht dabei hier, das sind von uns, Sie können sich bei uns auch käuflich erwerben, derzeit im Sonderangebot für 25 Euro Stück. Ja, hier kann man auch zu zweit wunderbar liegen, hier kann man auch mal schlafen, wenn man noch das Rückenkissen weg macht, ja, dann hat man genug Platz auch mal zum Schlafen. Und Sie haben ein Außenmaß von Pozzalo heißt die Gruppe, von links 2,10 m und rechts 2,88 m, eine Mustergruppe, die das Haus nicht verlassen hat, wahrscheinlich wurde hier das neue Format getestet, mit dem übergroßen Launcher, dem sogenannten Daybed, weil das ist wahrscheinlich bei dieser Gruppe neu, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es, und so können Sie diese Gruppe zu dem Schnäppchenpreis ergattern, also wenn Sie bereit sind für das besondere Leder, wenn Sie es launchig wollen, wenn Sie nicht steif sitzen wollen, wenn Sie es gemütlich wollen und eine warme Ledergruppe wollen, dann Pozzalo is yours. Dankeschön und Tschüss.